Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu meiner neuen Folge Darkness Falls, heute ohne Fettfingern und ja, mit dem Sombürer. Hallo Frau Fettfinger. Ja, und mit der Helli, nee, nicht der Helli, wie heiß ich nochmal? Mit der Fuddel von Fuddelmuddel. Boah, was ein Fehlstart, ey, was ein Fehlstart. Ja Leute, heute ohne Fettfingern, wir haben aufgenommen, die Aufnahme hatte überhaupt keinen Ton und dann haben wir die Quest zum Glück noch nicht angenommen gehabt, weil wir hier hinten standen, beziehungsweise weil ich von hier hinten noch Zombies kam und ja, da ist dann aufgefallen, okay, ich hab keinen Sound, deswegen haben wir jetzt hier noch die Quest. fest, also nicht, dass ihr euch wundert. Hallo? Ja, ich bin dran. Achso, du bist dran. Gut, wir starten die jetzt hier, so. Und? Ich bin mir da, hier muss ein Kelly raus. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, wir müssen. Kleiner Ehren. So, du willst doch hier auch die Horde drauf machen, ne? Ja, warum? Nicht gut? Ja doch, ich hoffe nur, dass, äh. Ja. Das, warte mal, ich geh mal gucken. 5000 Hitpoints. Ja. Okay. Also meine Tasche ist natürlich ganz oben. Ja, wir müssen jetzt erstmal sowieso, müssen wir nicht clearen sogar, wir müssen sogar säubern. Ja, Vorräte säuberer das Gebiet und Vorräte, ja. Okay, Leute, ja. Äh, wie gesagt, es tut mir echt sehr leid. Ja, es war vorhin, äh, sehr lustig. Mit Fettfingern und so. Ja. Die Fettfingerkündigen. Ja, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich leg mir das immer so, dass ich passend, wenn wir streamen. Oh! Oh, wasch. Erzähl mir, boah, ich schreck mich doch nicht so. Äh, dass wir passend, wenn ich streame. Ach so, hier unten können wir auch rein, oder was? Nee, da war einer, den müssen wir ja auch töten. Äh, dass ich dann immer auch Mikro und hier und alles aus hab und ja, irgendwie kam ich dann an die Tasten. Es tut mir echt sehr, sehr leid. Äh, wo können wir denn hoch hier? Äh, es gibt einen Aufgang. Ja, hier, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh nein. So, Büra, ich kann das nicht. Warum nicht? Ja, weil ich das nicht kann. Wieso kannst du das nicht? Hast du einen Dietrich? Ach so, meinst du? Ja. Mensch, was ist denn heute los? Ja. Ich schlag da dreimal drauf und hab schon keine Energie. So, hier kommt ein Ernie. Vorsicht. Energie. Oh, und schneller Ernie. Oh, Ernie, nein. Komm raus. Ernie. Oh, das kann raus. Oh, ja. Ich bin heute irgendwie, ich, keine Ahnung, ich bin heute nicht. Easy, wurde easy. Leute, ich bin heute nicht gut zurecht, ey. Ich bin heute einfach nur durch. Dabei ist er am Sonntag. Also, ganz ehrlich, ich bin heute echt durch. So. Wir haben, genau, da oben drauf, wir haben die Horde gemacht, dass die, haben die einmal hier weggehauen und dann sind wir hier halt rauf und hier ist meine Tasche schon. Wir hatten die Horde halt hier gemacht. Warte mal, meine Tasche, ist das vielleicht auch meine? Ernie, nein. Oh, du kleiner, kleiner Ernie, nein. Der ist es nicht. Wie meine ist das? Meine ist hier irgendwo. Hä? Daneben. Man kann hier reinfuddeln, ne? Ja. Offiziell. Skimm mal gerade mal einen Bogen. Ja, skimm mal deinen Bogen. Ah, genau, das sind wir da hoch. Oh, toll. Oh. Achso, da. Waren wir da nicht hier schon? Ey, ich hab keine Ahnung. Mann, ich sag ja, ich bin absolut, absolut durch. Ich, heute ist kein guter Tag für mich. Das ist, der offizielle Weg ist es nicht, aber. Ne, ne, das sind so Förderbänder sind das, ne? Von hier wären wir auch hochgekommen, ne? Also hier ist es. Ja, ja, aber ich glaub hier hinten. Also wir hatten damals hier unsere Community Base drin gehabt in der NZ-Mod. Ne, nicht NZ-Mod, wie hießen die anderen Mod noch? Hier ist auf jeden Fall ein Glowee und ein Ernie. Na gut, Glowee, ja. Gibt's auch, äh, schwache. Ne, ist ein schneller. Verstrahlter Hausmeister. Okay. Kipp um. Also der heilt sich. Äh, ich seh's. Warte, ich hab noch ein bisschen Muni. Tot? Ja. Okay. Das wird lustig. Dart wird definitiv lustig. Ne, ich würd mal meine Waffe da drauf. Natürlich ist, äh, meine Tasche da, wo verschlossen ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ich kann das nicht. Hier unten. Irgendwo. Ein, ein tiefer auf jeden Fall. Warte mal, ich glaube. Oh. So ein Hürer. Warte, was ist das denn so? Ist du da jetzt drüber gelaufen, ist kaputt gegangen oder was? Ah, ich seh meine Tasche schon. Ah, guck mal, da ist es jetzt. Ich hab die Schalter aufgemacht. Ah, okay. Hier ist der Mainstash. Ja. Meine Folge, mein Loot. Ja, komm. Geh runter. Geh nach oben. So. Ja, aber die Munition, die muss da sich trotzdem noch weggrapschen, ne? Habt ihr gesehen? Waaah? Ja, ich hab das gesehen. So, boah, ich muss erstmal wieder reinkommen. Das Wochenende war lang, Leute. Das war sehr lang. Okay, jetzt ist es. Sag mal den anderen, die sagen nü. War total kurz. Okay, wie bist du denn jetzt? Können wir hier irgendwo... Also da ist... Ich glaube, das ist meine Tasche. Die ganze Zeit. Wo sollen denn die Zombies jetzt sein? Wie bist du denn jetzt da reingekommen? Ganz halt drumherum laufen. Du musst irgendwo noch ein Zombie sein. Ja, aber ich muss ja... Ich muss ja... Hä? Ich verstehe den Poe nicht. Ich verstehe ihn nicht. Ich ruhe nicht. Will da Mr. Hengi. Aber wie komme ich denn jetzt da? Ah. Da. Ah. Ich hab... I'm on the way, Herr Zombie-Ura. Ich hab' ihn. Übers Dach und dann auf die andere Seite. So. Tasche. Bist du da grad am Einstürzen? Ja, ja. Wo sind all die Zombies hin? Wo sind die geblieben? Vorne ist auch noch ne Tasche, sehe ich. Macht das Spiel hier überhaupt Sinn? Oh! Oh! Zambira! Ah! 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 Ah, du hast ja aufgeschreckt. Sehr gut. Ah! Boah, ich bin heute so richtig zitterig, ey. Renn dich ein, zwei nach oben, Fuddel. Ich bin heute so richtig... Das gibt's doch gar nicht, ey. Was denn? So auf die Kompon. Ernie, du kannst hier drüber. Uh! Oh Gott, ey. Das ist heute nicht mein Tag. Okay, der Ernie rennt. Der Ernie rennt. Und macht euch alles nieder. Ist denn der von da hochgekommen? Ist da die Tür offen? Ja, hier ist die Tür offen. Hier unten. Hier. Ernie, komm, da. So, Ernie ist weg. Dann haben wir nur noch einen. Komm mal zu dir da. Alter Vater. Ist immer noch irgendwo einer. Ja. Da ist immer noch irgendwo einer. Ui. Gibt's hier keinen Dings hier? Keinen Dings? Keinen Dings? Keinen Dings? Knopf. Ach, den hast du schon gedrückt hier? Den hab ich schon gedrückt. Da sind die Luken aufgegangen. Ja. Boah, ich hab voll Angst, dass ich hier runterfall. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Lass mir hier das Wasser saufen. Ich hab Koffe in der Tasche. Du mocht nichts. Guck mal, hier geht auch eine Treppe runter. Aber wo sind die denn dann? Was ist denn das für ein Poi? Ich weiß es gar nicht. Mal ist das eigentlich... Schrecklich. Schnell durch hier. Vielleicht unten, dass da noch irgendwo was ist. Auf der anderen Seite. Ich hör'n. Ich hör'n. Ja, ich hör' auch ein. Da, da. Ich hab' mir ja nie... Da war doch noch nicht alles. Ne, ist auch noch nicht alles. Guck mal, hier ist noch was. Guck mal. Ja, der zeigt aber oben an. Dann kann halt nicht da unten sein. Wo zeigt der denn? Ach, da zeigt der das an. Jetzt seh' ich das. Okay. Ja, höh, warte mal da. 23 Meter. Hä? Da waren wir doch gerade. Da ist einer in so'n Ding drin, in so'n Turm. Ein rüber und da auf dem... In dem Turm unten muss einer drin sein. Ah, da wahrscheinlich, wo du hier reinfällst. Da muss einer liegen. Wahrscheinlich, wenn du reinfällst. Ja, geh mal. Ich soll gehen. Ah, da kommt er. Sag mal, wie komm' ich denn jetzt hier wieder... Also, das ist echt... Heute ist absolut verpeilte Folge. Achso, hier kann ich runter. Ja, ich komm' hoch hier. Warte, ich gucke, ob hier... Ah, jetzt. Mein Gott, ey. Du wüttert, du mich hast, Fuddel, ja? Stunden später, ganz ehrlich. Du wüttert, du mich hast, ey. So, wie komm' ich denn jetzt hier wieder raus? Ja, die Treppe darunter, hier übers Gerüst. Ja, guck mal, wo ich bin. Weißt du, wo ich bin? Ah, da ist offen. Aha. Boah, ey. Das ist so... Hast du jetzt noch eine Quest? Nee, ne? Die haben wir ja gemacht. Die haben wir gemacht. Stufe 2 abholen haben wir noch. Oder ist das meine, die wir jetzt noch haben? Warte mal, ich guck mal. Ja, Stufe 2 abholen. Hier vorne in 200 Metern. Ja. Ja, die machen wir auch noch flott. Wie ich sag' ich. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir dran sind. Äh, wir sind jetzt 12 Minuten grad mal. Ach, guck mal. Na? Das heißt... Das ist aber nicht easy. Ja, die können wir noch machen. Ja, Leute, es tut mir leid. Ey, ich bin echt verpeilt heute, also... Ich glaub, so nenn ich die Folge auch. Hä? Was denn? Ach. Boah, ist das hier ein Dreckkack. Alter. Ich hab grad die rausgefunden. Und der jüdisch da. Ei, ei, ei. Da, 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 da. Guck mal, was ist denn dieses Lucky Star hier? Dieses Vor. Ach, doch, das kenn ich ja. Da sind 1000 Zombies drin. Da kommt schwarzer Rauch aus, Zombie-Hörer. Ja, geh mal rein, gucken. Ne, da geh ich jetzt nicht rein. Na gut. Lucky Star. Ist das ein Ender? Ne. Ne, ne. Das ist aber so ein... Da waren wir schon mal drin. In irgendeiner anderen Version. Ja. Da sind aber ganz viele Zombies drin, deswegen. Boah, ist das das gelbe Haus hier? Äh, jup. Ach du Kacke. Jup. Ach du Kacke. Jup. Was soll man so sagen? Jup, jup. Jup. Hä, hast du Bierzeit eingehauen? Ich hab auch nochmal draufgehauen auf den hier. So, ich bin ne Breite. Ich muss einmal draufstecken. So, Betty. Steck dich. Ist deine Quest, ach so. Es gibt's doch nicht. Dieser Loot-Finger, ey. Ganz ehrlich, können wir hier fudeln. Ich kann's halt, fudel, ich kann's halt. Da ist was looten. Guckuck. Ach, guck mal, der Andreas, der rennt nach oben. Das heißt, oben gibt's irgendwo einen Eingang. Ja, klar. Der hat mich gesehen und geht nach oben. Ja, du Prepper. Dreckiger. Ich bin gespannt, wo der rauskommt. Der ist auf mich draufgehüpft. Dadurch hat der mich darunter geschubst. Oh, da kommt ein Lida-Farben da. So ein Hürer. Was heißt Lida? Die Lida. Ja, der ist Lida. Keine Ahnung, Superfarre. Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall violett. Hier. Das ist ein Taff. Taff, okay. Ach, du Scheiße. Oh, meine Muni verlässt mich. Wo ist der Taffe? Der heilt sich. Er ist tot. Boah, ey. Ne, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Der will 27. Alter Vater. Kommt da noch was, ne? Ja, von draußen. Von draußen kommen sie natürlich. Die Damen hier. Der will jetzt was Geiles verloren. Nein. Mach die Dame mal weg. Ja, ja, ich warte, warte. Die Damenwild. Ach so, du. So, Ingeborg. 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 Oh Gott, wo kommen wir denn hier rein? Ingeborg. Hinten. Ja, ja, ja. Das ist die Ingeborg. Ach nee, hier oben kommen wir auch rein. Da haben sie sich ja gerade durchgeschlagen. Ja, aber normalerweise ist es hinten der Mainaufgang. Na, ich guck mal hier. Vorsichtig. Oh, ein wilder Gefahrenguttransporter. Wo ist er? Hallo. Boah, ich trau mich hier gar nicht rein. Boah, so ein Büro, so ein Büro, so ein Büro. Ich kann nicht. Selber durch. Churchy. Selbst ist die Frau. Selbst ist die Frau. Ich hole doch gleich eine rein. Naja. Ach, Mensch. Churchy, hau ab. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Oh, ich bin gleich sowas von tot. Oh, der ist tot. Ich bin ein Gefahrenguttransporter. Alter, hier ist schon wieder wilder Geschäftsmann. Boah, das sind alles Ferrels. Ja, toll. Hast eine geile Quest angenommen. Jo, ich weiß. Ah, jetzt haut doch mal das Ding da auf. Geht doch. Okay. Ja, Muni habe ich nicht mehr. Ich habe auch nichts mehr gleich. Eine Täsche einstecken. So, okay. Erst Ferrell down. Ich habe noch, ach Gott, ich habe noch 19 Schuss. Das war's. So, zweite Ferrell down. Ich habe Dus. Ich trinke mal eben aus dem Pool hier. Oh, ich ahne Böses. Ich warte mal, bis du hier oben bist. Wo auch immer du gerade bist. Ich komme nicht von da oben. Ich komme von hinten. Echt? Ich muss jetzt erst mal trinken. Ja, von hinten ist doch cool. Die Zombies hauen sich irgendwie durch. Aber ich weiß nicht, wo du wächst. Ich bin vorne, habe mich hochgeframed. Bin zum ersten Stock hin. Okay, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Dann tu mir. Komm mal nach hinten raus. Ne, ich kann jetzt nicht nach hinten raus. Ich habe jetzt erst mal hier. Oh, jetzt rennt der da zu dir hin, oder was? Wo hat der, wer denn, wo denn? Ja, da wirst du gleich sehen, da. Kevin. Der Gregor. Kevin ist satt. Ne, Kevin ist jetzt wieder irgendwo hingerannt. Jetzt bin ich verstrahlt. Ich bin verstrahlt. Ich bin verstrahlt. Ich blute. Echt? Jo. Komm, am besten hier auf die, die Absperrung. Uh. Ey, muss ich jetzt echt mehrfach, äh, Buff Radiation? Okay. Der ist jetzt nach hinten weggefallen. Ah, der ist aber noch da. Boah, ist der schnell. Okay. Pass auf, dass der dich nicht trifft, ey. Okay, ich habe gleich hier. Was ist das denn für eine Quest? Wow. Boah, hat der mir einen Schlag mitgegeben. Ja, das Haft, 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 ja genau. Ist heftig. Ich sag's dir. Das ist ja das, was ich sag. In der Mod darfst du nicht schlafen. Sonst überrennen die dich. Ah, wo ist der denn jetzt? Der heilt sich jetzt bestimmt da komplett hoch, der Sack. Der ist bei mir. Solange der noch eine Blutung drauf hat. Geht gut. Ah, der ist da weg. Er lebt immer noch. Alter Falte, ey. Tot? Ja, der ist tot. Boah. Was ist denn das für einer, ey? Das ist ja frech. Boah, wo bist du jetzt? Jetzt geh mal von hinten rein. Hier ist der Eingang. Da. Ich traue mich schon gar nicht mehr, mich zu bewegen. Da liegt einer. Decken wir mal den Rücken. Warte. Das ist ein normales Trepper drin. Ah, die lebt ja noch. Alter. Ich war mir sicher, die ist tot. Ja, du hast nur wieder in den Lootgriffeln reingeguckt gerade. Gehst du? Ne, die lag ja auf dem Boden und hat sich erstmal nicht mehr bewegt. Oh. Verarsch hochziehen hier. Ich sag's dir. So komm, jetzt. Hast du alles rausgelookert? Ja, hab ich. Irgendwas Schöne drin? Nein. Bist du das jetzt gewesen oder randalieren da vorne welche? Nö, ich bin noch so. Okay. Okay. Durch die Sache. Wollen wir da rein? Wollen wir da nicht rein? Wo denn? Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist? Boah, Alter. Ist alles die Uhr. Boah, so ein Bührer. Ey. Ja, was denn? Du spinnst doch. Was denn? Ja, wir müssen da ja rein. Das ist ja deine Quest. Oh, du spinnst doch. So könnte es die Folge doch heißen. Das ist ein schneller Kevin. Wenn der gleich hier runterkommt. Ich hab keine Pfeile mehr gleich. Aber wie in der Dingsfrau hier in der, äh, in der Aponau. Tschüss, Kevin. Boah. Ich bin leicht angespannt. Boah, wie kommt das denn? Ja, keine Ahnung. Ich hör doch schon wieder welche. Ich hör was, aber ich seh nix. Ich weiß nicht, wo du meinst. Ich weiß nicht, wo du meinst. Meine Tasche ist auch ein tiefer. Echt? Ja. So ein Blurer. Oh, irgendwo ist ein... Hoah! Komm weg hier. Runter. Alter Vater. Denk da fest. Komm, explodier. Denk dran. Ich glaub, du gleich weg bist. So, Engler, man kann doch nicht mal den Schubsi stellen. Ich sag dir das. Hier ist noch einer. Okay. Du hast nicht ohne das Haus hier. Hast du deine Tasche schon? Nein. Wie viel Pfeiler hast du hier? Ich muss auch ein tiefer. Ähm. 28. Hab ich. Guck mal her. Hier ist die Tasche. Warte, warte, warte. Warte. Okay. Geh raus. Geh raus. Mensch. Warte auf. Im Nebending ist der. Mann, ey. Weißt du, mein Herz. Du rührst dich aber auch null. Ach, Lecko. Mit der Nagelpistole. Ja, mit der Nagelpistole hab ich den Block nochmal aufgewertet. Achso. Hier ist meine, äh. Ja, meine ist auch hier. Oh Gott, zum Glück. Boah. Leute, ey, ganz ehrlich, ich bin heute, meine Nerven machen das heute nicht mit. Ah, schon krass, ne? Ja, ich bin aber, ich bin heute wirklich, also, ich bin durch. Bin heute einfach durch. Schon 27 Minuten gleich. Das ist gut. Ich hab hier ganz viele Bücher. Ja. Ja. Na gut. So, Leute. Oh, hier ist auch schon wieder ein Tresor. Quashed ist erledigt. Ah, da ist ein 15er Scrap Iron Spear. Willst du den? Ich, ne, ich hab einen besseren schon. Ich hab gerade noch einen gelootet. Und guck mal hier, ich hab ganz viele Vehicle-Dinger für dich. Ich kann's alles scrappen. Das brauchen wir alles nicht. Okay. Du lernst das über die Klassen, nicht über die Bücher, die Bücher. Bücher kannst du alles scrappen, ey. Gut. Leute, jetzt aber, ja. Äh, 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 ja. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben, auch wenn ich total verpeilt bin heute. Ja, Däumchen ist ein Träumchen, support kein Mord, ihr wisst ja Bescheid, ne. Ähm, wir freuen uns natürlich beide, wenn ihr bei uns beiden guckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge beim Sombürer wieder. Ja. Ja, und deswegen, äh, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, lieben. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.